Hallo alle zusammen. Es ist soweit, ich wollte auch mal anfangen zu streamen. Deswegen gibt es morgen, am Montag, den 10.11. auf meinem unten verlinkten Hitbox-Kanal ein bisschen streamen. Ende mehr oder weniger offen, solange wie ich Zeit, Lust und keine Ahnung, abhängig davon wie es halt läuft. Ja, streamen wird auf Deutsch sein. Gespielt wird im Grunde, worauf ich Lust habe, ich bereite dann so eine Auswahl vor. Man kann dann ja auch Umfragen machen oder zwischendrin wechseln. Dark Souls, XCOM, Torchlight, die Auswahl ist gewaltig. Also, ja, ich hoffe, ich sehe manche Leute da und bis dann.